Nächster Halt, Leheim-Wolfskehlen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Verehrte Fahrgäste, die Vias Rail GmbH und das Zugpersonal begrüßen Sie. Im Regionalexpress über Babenhausen, Hanau und Offenbach Hauptbahnhof nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Nächster Halt, Michelstadt. Nächste Station, Wuppertal-Vorwinkel. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn in Richtung Essen. Próxima parada, Francesco Beils. Atención, es obligatorio el uso de mascarilla cubriendo nariz y boca. Atención, the use of a mask covering one's nose and mouth is mandatory. S8 nach Offenbach-Ost. Nächster Halt, Frankfurt-Süd. Nächster Halt, München-Ost. Umstieg zur U5, zur S8, zum Flughafen München und zu den S-Bahnen. Change here for U5, S-Bahn-Lines and S8, zum München Airport. Ausstieg rechts. Nächster Halt, Altheim. Ausstieg in Fahrt Richtung rechts. Dámia páni, železničná spoločnosť Slovensko-Národný dopravca vás víta vo vlaku. Rýchlik 600 Tatran do stanice Bratislava, hlavná stanica. V prípade vašich otázok o jazde vlaku, poskytovaných službách a prípojoch, je tu pre vás sprevádzajúci personál vlaku, ktorý sa postará o vaše pohodlie a bezpečnosť. Počas cesty tiež môžete využiť služby reštauračného vozňa a v prvej triede aj služby mobilbaru, ktorý ponúká ľahké občerstvenie priamo na vaše miesto. Prajeme vám príjemnú cestu. Ladies and gentlemen, welcome aboard this fast train 600 Tatran to Bratislava, hlavná stanica. Train operated by the national carrier Železničná spoločnost Slovensko. For further information on the train journey, connecting trains and services on board, please ask members of our crew who will look after your comfort and safety during your journey. Our restaurant coach service is also available and our passengers in the first class compartment are welcome to use the mobile bar service, serving light refreshments directly at your seat. We wish you a pleasant journey. Try out our new online service, eat on a train and order food from the restaurant wagon. Details can be found at www.najedsavovlaku.sk Vážení cestujúci, upozorňujeme vás, že počas celej cesty vlakom musíte byť chránení respirátorom FFP2, rúškom, šatkou alebo šálom, teda musíte mať zakrytý nos aj ústa. Cestujúci, ktorí toto nariadenie krizového štábu a železničnej spoločnosti Slovensko nebudú rešpektovať, môžu byť vylúčeni z prepravy. Aj keď nie ste chorí, preukážte prosím rešpekt v oči spolucestujúcim a zamestnancom železníc. Ďakujeme. Nächste Station, Weilheim. Next Stop, Weilheim. In Fahrtrecht am Links aussteigen. Nächster Halt, Darmstadt Nord. Nächste Station, Wuppertal-Oberbarmen. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn in Richtung Remscheid sowie zur Schwebebahn. Der Ausstieg in Fahrt ist recht. In Kürze erreichen wir Frankfurt-Main Hauptbahnhof. Dieser Zug fährt nach kurzem Aufenthalt weiter als Regionalbahn nach Errbach im Odenwald über Darmstadt, Nord- sowie Großumstadt, Wiebelsbach. Umsteigen zur S- und U-Bahn, zum lokalen Straßenbahn- und Busverkehr, zum Regional- und zum Fernverkehr. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Nächster Halt, Garmisch-Partenkirchen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Der Zug wird dort geteilt. Dieser Zugteil fährt weiter nach Mittenwald. Der andere Zugteil fährt nach Reuthe in Tirol. Achten Sie bitte auf die Fahrtzielanzeigen am Triebzug. Next stop, Garmisch-Partenkirchen. This train will split there. This section will continue on to Mittenwald. The other section will continue on to Reuthe in Tirol. To confirm that you are in the correct part of the train, please check the destination as displayed in each carriage. Please change here for the Zugspitzbahn. Zoologischer Garten. Übergang zum Regionalverkehr, zur S-Bahn mit Verbindung zum Hauptbahnhof, zur U9, zum Metrobus und Busverbindung zum Flughafen Tegel. Change here for bus service to Tegel Airport and S-Bahn service to Hauptbahnhof. Ausstieg rechts. Nächster Halt, Gustavsburg. Roadbrek, Parvendal. Roadbrek, Parvendal. Nächste Station, Sontheim. Ausstieg in Fahrtrichtung links.